Hi Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Vielleicht erinnert ihr euch an ein Bild, was ich vor kurzem bei Facebook gepostet habe. Da habe ich euch zwei Packungen Zimt nebeneinander gehalten und euch gefragt, kennt ihr den Unterschied? Einmal hatte ich den sogenannten Cylon Zimt und einmal den Cassian Zimt. Wir können das Ganze auch anders benennen, einmal der echte Zimt und einmal der unechte Zimt. Und was das damit auf sich hat, das werde ich euch in diesem Video auch erklären. Und was ich euch natürlich erklären werde, ist, welchen positiven Einfluss Zimt auf eine Definitionsphase, auf eine Diät hat, warum Zimt ein natürlicher Fettburner ist. Ja, aus meiner Sicht ganz wichtig und das ist das Allerwichtigste, deswegen sage ich das gleich zu Beginn in diesem Video. Es gibt zwei verschiedene Zimtsorten und das Problem ist, dass wenn wir in den Supermarkt gehen, meistens eben einfach nur Zimt draufsteht und wir uns dann gar nicht weiter fragen, woher kommt der, was enthält der, was ist wirklich drinne. Sondern wir sagen, Zimt ist Zimt und gut ist, ich kaufe es oder ich kaufe es nicht, ich brauche es oder ich brauche es nicht und genau da liegt einfach das Problem. Ich war sehr erstaunt, dass ich bei Kaufland von dieser Firma HES zwei verschiedene Zimtsorten gefunden habe, den ich gekauft habe. Der hat hier 99 Cent gekostet, der andere hat hier 69 Cent gekostet und gekauft habe ich den sogenannten Cylon Zimt und stehen lassen habe ich den Cassia Zimt. Ja, aus meiner Sicht eine tolle Sache, dass es zumindest erstmal deklariert ist, dass es für den Konsumenten, dass es für mich und für dich erkennbar ist, was für ein Zimt es sich handelt. Und der kommt hier sozusagen aus Cylon, aus Sri Lanka, man sagt auch Tamilenzimt oder Sri Lanka Zimt oder was auch immer. Jedenfalls ist das der echte Zimt, der enthält ein ganz tolles Aroma, ein sehr natürliches Aroma und ist eben auch sehr fein, aber eben auch sehr empfindlich. Dann haben wir nochmal den sogenannten Cassia Zimt, das ist der südchinesische Zimt, also der kommt dann aus China, der ist eigentlich der, den wir immer für den echten Zimt halten. Das sind diese Stangen, die an der Seite sich so einrollen und der hat ein wahrscheinlich, und das gebe ich gerne zu, noch besseres Aroma, ein resistenteres Aroma, gerade bei Backprozessen. Aber ein weiteres Problem, was man auf jeden Fall in demselben Atemzug nennen muss, nämlich das große Problem, dass ein sekundärer Pflanzenstoff namens Comarin enthalten ist und der ist krebserregend, der sorgt auch für Kopfschmerzen, für Verdauungsprobleme. Er kann eben krebserregend wirken, toxikologische Eigenschaften ab bestimmten Größenordnungen haben und genau das ist natürlich nicht im Sinne eines Sportlers und erst recht nicht im Sinne eines gesundheitsbewussten Menschen. Deswegen ganz wichtig, es gibt den echten Zimt und es gibt den unechten Zimt. Wenn nichts draufsteht, ist es meistens ein Verschnitt und die Lebensmittelindustrie behauptet natürlich, dass sie nicht aus Kostengründen, sondern aus Qualitätsgründen und aus geschmacklichen Gründen auf den Cassia Zimt setzt. Und das Traurige ist, dass sie damit ein Stück weit auf jeden Fall recht haben, dass einfach das Aroma vom Cassia Zimt ein bisschen intensiver ist, obwohl es der unechte Zimt ist. Also jetzt nochmal ganz ausführlich an der Stelle, kauft am besten immer diesen Cylon Zimt, auch wenn der einfach 20 oder 30 Cent teurer ist. Es lohnt sich einfach aus dem Grunde, dass es hier gesundheitlich nicht diesen sekundären Pflanzenstoff enthält, den wir auf jeden Fall in den Größenordnungen meiden sollten, der eben in Cassia Zimt, in falschem Zimt sozusagen enthalten ist. So, jetzt kommen wir zu dem, was für viele wahrscheinlich interessant ist. Zimt ist ein natürlicher Fatburner und die Funktion eines natürlichen Fatburners, die funktioniert dadurch, dass es zum einen Blutzucker regulierende Eigenschaften hat und zum anderen thermogenetische Eigenschaften hat. Die Sache mit der Thermogenese, die ist relativ minimal. Also diese Thermogenese, man könnte das jetzt ganz einfach ausdrücken mit Hitzeentwicklung im Körper, die ist natürlich bei Zimt kaum nachweisbar. Da muss man sehr viel Zimt zu sich nehmen. Da ist natürlich auch gerade wieder wichtig, dass man den echten Zimt kauft. Aber das Ganze ist nicht so interessant wie die Sache mit dem Blutzucker. Und zwar wurde das festgestellt, dass Menschen Apfelstrudel gegeben wurde. Man erwartete eine extrem hohe Blutzuckerreaktion, einen extremen Insulinpeak und der ist ausgeblieben und zwar aufgrund der Eigenschaft, dass Zimt dazu gesetzt wurde. Und dann hat man das Ganze nochmal gebacken, hat diesen Apfelstrudel nochmal gemacht, hat ihn den Leuten gegeben, allerdings ohne Zimt und hat die erwartete Reaktion bekommen. Und der Unterschied ist schlicht und ergreifend, dass Zimt den Insulinspiegel, also den Blutzuckerspiegel dahingehend reguliert, dass gerade wenn man sich diese schnellen Kohlenhydrate mit einer hohen Blutzuckerreaktion zuführt, dass Zimt da sozusagen Blutzuckerspiegel senkend wirkt. Aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Faktor, gerade in der Definitionsphase, wird immer wieder gerne vergessen, es wird immer wieder gerne nur damit argumentiert, es kommt doch nur auf das Energiedefizit, auf die sogenannte negative Energiebilanz an. Nein, es kommt auch noch auf weitere Faktoren an und ein Faktor ist da zum Beispiel eben der Blutzuckerspiegel und genau dafür hat Zimt in der Definitionsphase eine sehr gute Wirkung. Man sagt jetzt mittlerweile natürlich auch, das kann man auch benutzen, um irgendwie Diabetes Typ 2 zu behandeln oder Typ 1, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, da möchte die Pharmaindustrie erstmal nochmal selber Geld verdienen mit den Medikamenten, die sie aktuell für sehr viel Geld entwickeln und für noch mehr Geld verkaufen. Aber ich denke, ganz wichtig ist für die meisten Leute einfach nur, Zimt ist ein sehr gesundes Gewürz, gerade für die Thermogenese interessant. Noch viel interessanter für den Blutzuckerspiegel, aber eben auch für den Stoffwechsel, für die Verdauung insgesamt nicht nur ein sehr leckeres Gewürz, sondern auch in der Definitionsphase in der Diät ein ganz besonders sinnvolles Gewürz. Alles klar, ich hoffe euch, die Informationen, die sind hier nicht zu viel gewesen, das war jetzt auf jeden Fall sehr ausführlich in diesem Video. Gebt mir auf jeden Fall eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, schaut bei mir auf Facebook vorbei und wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon. Vielen Dank.